Ich backe mir heute Elche aus Beton. Tja, und wie das funktioniert, schaut euch dieses Video an. Hallo, herzlich willkommen bei Verkunstet. Ja, also ich habe hier wunderschöne Ausstecher, aber nicht für Plätzchen, sondern ich habe vor, mit euch heute diese Elche in Beton herzustellen. Und dass das wirklich ganz einfach ist und dass ihr außerdem und Knetbeton nichts anderes braucht, das seht ihr jetzt hier mit mir. Als erstes habe ich mir mal meine Hände eingepackt, weil Beton ja mit bloßen Händen zu bearbeiten ist, nicht so wirklich hautfreundlich. Dann habe ich mir hier schon so eine kleine Schale mit Knetbeton fertig gemacht. Den gibt es zum Beispiel fertig zu kaufen oder aber ihr könnt auch gerne eine eigene Mischung erstellen. Das ist nicht wirklich schwer. Ja, was wir noch brauchen, ist Wasser und natürlich unsere Ausstechformen. Also ihr könnt natürlich auch, wenn ihr keine Elche mögt, irgendwas anderes nehmen, was euch jetzt zur Weihnachtszeit besser gefällt. Ein Tannenbaum oder vielleicht ein Schneemann. Da müsstet ihr einfach nur mal schauen, was eure Küche hergebt. Und wir brauchen einfach eine Unterlage, auf der nachher die Betonteile trocknen dürfen. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis. Das Wasser haben wir auch noch hier stehen. Wir mischen uns das Ganze jetzt mal eben an. Das heißt, wir geben erst mal einen kleinen Schluck Wasser hinzu. Ich mache es meistens immer erst mal so, dass ich etwas hineingebe, um zu schauen, wie viel ich wirklich brauche. Also ich setze nicht den ganzen Topf unter Wasser. Und ihr seht schon, es fängt an zu bröseln. Das heißt, wir können noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Und ihr seht schon. Oh, ich habe es gut. Also wir können noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Und ich mache es nicht so, wenn ich nur das Wasser hinzugeben. Also hier stehe ich mal wieder. Und ich mache es nicht so, dass ich immer wieder zurück36g sage. das Wasser hinzugeben. Aber das Wasser hinzugeben. Und ich mache es nicht so, ich mache es nicht so, ich mache es ein Problem. Es ist immer ein bisschen leer. Und ich mache es einfach eine Herz bratanne. Ich mache es nicht so, es ist eine andere Anooksitzende. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und wenn der Beton so ausschaut, wie er jetzt hier bei mir ausschaut, und zwar, dass hier auch an den Händen nichts mehr kleben bleibt, dann ist er richtig. Weil jetzt könnt ihr ihn eigentlich wirklich gut nehmen und in Formen hineindrücken oder natürlich auch Skulpturen damit formen. Wir nehmen uns jetzt einfach mal hier eine Form und drücken uns hier schon mal überall gutflächig den Beton rein. Musik Aber erst füllen wir hier unseren Elch bis oben an den Rand mit Beton einmal auf. So, und wenn wir einmal alles voll haben, gehen wir hin und müssten eigentlich nur ganz vorsichtig einmal hier die Form nach oben ziehen. So, und das ist jetzt halt ganz wichtig, warum ihr schauen müsst, dass der Beton halt so eine Festigkeit hat, weil wenn er zu flüssig ist, dann könnt ihr natürlich so etwas nicht machen und abziehen. Es würde ja alles auseinander gehen. Und von daher schaut halt, dass euer Elch wirklich von der Form her, also euer Elch, euer Beton von der Form her so fest ist. Dann könnt ihr das nämlich einfach abziehen und dann geht es jetzt zum Trocknen. Wenn der Elch getrocknet ist, dann möchten wir ich ihn noch ein bisschen abschleifen, weil so ist er mir noch nicht schön genug. Dafür nehme ich mir hier Schleifpapier 120er. Das geht relativ einfach und schleife mir das hier so ab, wie ich es haben möchte. Somit steht meine Elchparade schon hier bereit. Ja, bereit für die festliche Dekoration zu unserem Heiligabend, denn das wird mit auf unserem Tisch kommen, wenn wir in der Familie zusammenkommen werden. Ja, das wäre mein Vorschlag fürs schnelle Backen mit Beton. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen drauf da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon bereits getan habt. Betätigt die Glocke, damit ihr nicht verpasst. Wenn wir das nächste Video hier hochladen. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier in das nächste Video reingeht. Da geht es zum nächsten DIY. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017